Wer das Velotreff gemacht hat? Als Dank, dass ich das erwähne, darf ich alle 10 Jahre vorbei und komme gerade in der Gratwurst. Aber ich muss nie etwas einkommen, ich bin total ausgelastet. Und das ist jetzt ein Kunde-Sesi. Wünscht? Wollen wir noch Wettbewerb machen vorher vielleicht? Ja. Hat jemand ein Wettbewerb? Ich kann es nichts sagen, das ist auch ein Bewusstlosen-Wettbewerb. Das ist mein Auftritt. Das ist mein Tag, ich froh. Hat jemand von dem Bewusstlosen-Wettbewerb? Ja. Sehr gut. Dann wollen wir jetzt ein Wettbewerb machen. Mit einer sehr schwierigen Frage. Was ist heute für ein Tag? Super.